Also jeder kann übernehmen, danach. Wer will, wer will. Freiwillige vor. Oder der Jens macht. Ich weiß nicht, ob der Jens noch online ist, oder... Es wird vermutet, dass er den Schutz überlebt hat, aber später seine Verletzungen überlegen ist. Der Fluss der Augen ist... Der Verlust... Der Fluss... Der Verlust... Der Verlust der Augen... Ist unerklärlich, wo manche glauben. Sie können sich während des Sturz ereignet haben. Die Ärzte wollen eine Autopsie durchführen, aber wir werden die Angelegenheit als Unfall und werden uns andere Dinge tun. Der Miriam, der Verstorben... Ich weiß nicht, ob er mich hören muss. Doch, ich finde immer... Also ich finde cool, wenn man jemanden hört. Ich mag das lieber. Mir reicht meistens das Hören schon und ich mag... Das Sehen muss jetzt nicht unbedingt sein, aber das Hören... Ach Kai, du hast doch schon eine sympathische Stimme. Ich habe da schon jemanden gesehen. Der hatte 1000 Follower, obwohl er nur... Nicht gesprochen hat und nur mit dem Chat geschrieben hat. Das geht auch, aber... Ich weiß nicht, mir gefällt es nicht so gut. Mehrere Beschwerden wurden... Wie meinst du, wenn ich... Wie meinst du wurden? Ja, da hat sie... Ich habe... Ich schaue von so rein, bei so Streamern und so. Und da hatte kein Cam und so gar nichts. Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die die Dinge gesehen haben wollen, auf der Frage hin, was sie gesehen hatten. Aber eine Antwort, sie würden Personen aus Augenwinkel wahrnehmen. Und wenn sie sich umdrehen, ist niemand da. Ein allgemeines Gefühl der Furcht und Beobachtungswerden scheint alle Arbeiter zu erfassen. Die meisten Beschwerden kann man so nachgeschüttelt haben, die aber sogar angeblich, die hätten tatsächliche Personen in Kontrolle gesehen. Also ich schaue ja ab und zu auch so privat, so bei anderen Streamern rein. 1000 Follower schreiben, ist der bescheuert? Ja, also, ähm... Er hat halt 1000 Follower gehabt und hat so neun Zuschauer. Und der hat dann nicht so, wie ich jetzt so reden, sondern hat immer... Hi, wie geht's? Dann hat er geschrieben, hi, wie geht's? Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Sympathische Stimme, ja, oder? Oder findest du das nicht? Okay. Sympathische Stimme, ja, find ich schon. Der offiziellen Erreichten wollen den Unfall wahrscheinlich durch einen Problem im Marschieren haben ausgelöst. Außerdem hat man festgestellt, dass alle Sicherheitsprotokolle völlig unzureichend waren und es mehrere sich Gerüchte über den geistigen Zustand des Boots marschieren, dass eigentlich immer da kommen... Warum nicht, Kai? Ah, da. Ein Bildchen? Ist ja gebrennt. Ich sag mal so, ähm... Du hast halt so ne Stimme, der hat man gerne zu bahnreden. Das find ich dann so ne sympathische Stimme. Ich find meine Stimme... Wisst ihr was? Ich find meine Stimme auch scheiße. Okay, jetzt warte die Suche. Also ich find meine Stimme auch scheiße. Ich ganz ehrlich bin mal zu euch. Und wenn ich dann so anderen Stimmen zuschaue... Die haben so ne... Was ist denn das? Geht jetzt hier ab, ey. Ich hab jetzt schon Angst. Ich bin schüchtern. Ja, das musst du selber wissen. Deine Stimme ist auch... Wirklich, ich find... Jedes Mal... Weil ich muss ja, wenn ich meine... Äh... Meine Videos schneide, muss ich mich ab und zu anhören. Denk ich mir jedes Mal. Ja, wo find ich jetzt sowas da? Aber danke. Danke, Selina. Vielen, vielen Dank. Also... Das ist immer schön, wenn man das hört von jemandem. Ja, ich bin meistens immer ein bisschen selbstkritisch. Ich mein, ich denke mir immer, ich spiele ab und zu besser als andere. Also was heißt besser? Ich... 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 Ich bin nicht so... Ich geh halt einfach da hin. Keine Ahnung, wie soll ich das jetzt sagen? Warte mal, was heißt... Ist das denn hier markiert? Ich hab auch hier eine Stimme, die passt nicht zu meinem Alter. Jo... Sie hört sich halt jünger an. Ciao. Einige der Leute sind stinksauer. Wegen Morgens verschwinden... Wegen Morgen... Jeden Morgen verschwinden etwas anderes aus der Nacht vor. Also sind wir schon... Weit über den End... Endgegner... Für das Budget... Die Unfälle reißen sich ab... Und ist als jemand unsere Arbeit über Nacht sabotiert. Manche wollen hier Geld so... Der Job hinkrießen. Was soll ich tun? Wenn ich mich selbst in Videos höre, sage ich zu meinen Eltern... Mach den Ton aus. Die machen extra laut. Ja, mir geht's auch so. Also ich... Ich sag dann immer so... Ich hab hier einmal... Also ich hab den Kalle... Hab ich ja mal mit ihnen... Das ist Kalle... Ich hab dann gesagt... Warum schaut er mir eigentlich so... Ich hab so eine beschissene Stimme... Aber wenn du sagst, sie ist nett... Also es kommt ja auch im Kopf... Ich muss sagen, ich... Ich höre sie im Kopf sogar tiefer, als sie eigentlich ist. Ich finde, ich hab so eine tiefe Stimme. Während er für die Ermittlung bezüglich der Arbeitsverträglichkeiten von... Was, was heißt, steht denn da? Keine Ahnung... Auflaufende Bodenstelle auf Mid-Island-Gerät. Der Bauarbeiter willst ein Warn-To-Unter-Arbeitsgerät. Und wo er drückt, mindestens ein weiterer Schwerfletzter-Unfallsbekanntes wurde jedoch bisher keine Details. Ich hab jetzt aber auch... Ah! Auch immer gesagt zu meinen Eltern... Sie sollen bitte den Ton ausmachen. Wenn jemand gleich übernimmt, dann... Ja, ich weiß nicht, übernimmt jetzt jemand noch, oder... Das ist eine gute Frage, eigentlich. Oder, ähm... Ich hoste mal. Ich hab ja... Ich weiß, wer jetzt grad online ist. Der Dawn ist nämlich grad online. Taste of Games. The Witcher. Da schau ich auf alle Fälle auch noch rein. Das ist nämlich der Lieblingsstimmer von meinem Freund, deswegen... Unterstütz ich den? Ich mag sie. Sie passt echt gut. Also perfekte Stimme. Ah, dankeschön. Scheiße. Ich kann nichts machen. Ja, aber sonst... Sonst hoste ich den Dawn. Also, ich hoste auf alle Fälle. Also, ich mach jetzt noch 15 Minuten. Ich will einen Versuch machen. Das ist cool. Was war denn das bitte für den Sound hier? Ich weiß nicht. Wo ist jetzt Nils? Jens? Wir haben so perfekte Namen gerade. Was ist das hinter mir? So. Ich muss noch backen. Dann schau ich meistens noch ein bisschen zu. Was ist denn das in der Mitte da? Das ist Wunder da. Ich bin hier. Nils, war das ein Spaß mit dir übernimmst hier? Oder würdest du übernehmen? Ich bin hier. Egal was es da hinter mir ist oder keine Ahnung wohne hinter mir, da ist jemand gerade ein Holunder gebammt. Ich muss ja da noch Mattsuche machen. Wie viel später werde ich, noch 30 Minuten, ja wie gesagt, ich frage dich nur, also wie gesagt, ich verweise auch da ansonsten Dawn, der ist ganz nett, also ist voll sympathischer. Also ich finde, ich mag ihn gerne, ich höre ihn gerne zu, oder ich schau ihn gerne zu. Hey, Chile, Awa. Hi. So, weg mit dir. Wer ist nett und sympathisch? Äh, Taste of Games. Ich hoste ihn danach, okay? Ich mache, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache, ich eigentlich eigentlich so, wie du es magst. Wie du es magst, du machst, ähm, das, ähm, diesen, du machst diesen, wie heißt denn das jetzt auf einmal, diesen, ähm, diesen schrägen Balken da, diesen Flash, glaube ich, heißt das, und schreibst Mod und dann den Namen des jeweiligen. So, jetzt passt er auf. Da bin ich mal ganz falsch. Nein, ich glaube, Jens ist nicht mehr da, also ich höre ihn, vielleicht streamt die jetzt schon, ich weiß es gar nicht, du? Jetzt hab ich zu hören. Nein, warum? What the? Heck? Tab schreiben ist scheiße. Meinst du Tab schreiben? So, machst du eigentlich alle Befehle, auch Hosts, machst du diesen Slash und dann Host und dann schreibst du rein, wen du hosten würdest. Du kannst drei, drei Leute insgesamt hosten und wenn du dann selber streamen willst, musst du, ähm, also auf dem Tablet. Und, ähm, ja, mit dem machst du eigentlich echt alles, also, du schreibst mit denen auch an Hosts, also wenn du dann wieder selber streamen magst, dann machst du an Hosts. Ich kann ja nachschauen, ob er noch da ist. Die schreit. Hat die Flügel oder was? Also Eckiger Keks wäre noch da, ich glaube der ist eingeschlafen, kann auch sein. Oh, der bereitet gerade vor. Setz mich mal dran. Und unhost, du musst einfach, du musst einfach mal reingehen, äh, Twitch Befehle, Chat Befehle und dann kannst du da alles lesen, was du alles genau machen kannst. Ich hab nen Löschbackel. Ich weiß nicht, wo ich da... Ja, ich glaube das werden wir das nächste Mal machen, also... Einen Mod hab ich schon. Welchen? Ja, du bist selber Mod, also du bist dann so wie ich immer mit meiner Kamera dahinter. Hä, wo könnten hier noch solche Titzen sein? Die könnten ja überall sein, das ist ja richtig ein blöder Schauplatz. Was flattert denn da hinter mir her? Ist das ein Dämon oder was ist denn das? Da... Ich weiß jetzt nicht, wie ich dieses hole da. Da hab ich was gesehen. Was war das gerade? Kann man auch Twitch-Streams übers Handy machen? Nö. Also, was ich weiß, Jack, das... Also, Twitch braucht viel. Also, da brauchst du echt viel Leistung auch vom PC her. Kann ich ja dich zu Mod machen, Denise? Ja, echt? Kannst du machen? Einfach Falky-Stream? Bin immer gern Mod. Ich begrüße auch immer gern die Leute. Ah! Was ist... Ich find hier nirgends wo mehr... Was ist denn da für'n Schatten? Oh! Was ist das für'n Schatten da? Also, was ich... Ich hab's noch nie. Also, ich glaub, es geht nicht. Weil Twitch musst du ein Game zocken. Das ist Voraussetzung. Du darfst eine halbe Stunde kein Game zocken. Aber dann musst du auf alle Fälle ein Spiel machen. Du brauchst generell viel Leistung für Streams oder so. Also, es geht ja YouTube und Facebook geht ja über Handy. Aber Twitch ist erstens auch noch eine Voraussetzung. Du darfst eine halbe Stunde oder so. Ist jetzt angegeben. Du kannst auch länger. Mein Gott! Manche machen eine Stunde oder eine Stunde Musik. Und danach fangen sie erst an. Aber du musst irgendwann in einen Stream spielen. Kriegst eine Verwarnung oder so. Ach, ich find' das jetzt nicht. Genau. Also, PC und... Mein Gott, du kannst doch... Wie nimmst du eigentlich auf deiner PS4 auf? Ich hab' ne Game Capture. Eine Elgato. Also, bei mir. Die verbinde ich... Du kannst auch... Also, CheckDrip. Du kannst auch... Wenn du ne gute Internetleistung hast für die PS4, dann kannst du auch direkt von der PS4 streamen. Und wenn du dann sagst, du möchtest noch eine Kamera haben, musst du dir die PS4 holen. Aber ich hab' jetzt hier ne Game Capture. Und ähm... Mit der Game Capture kann ich alles... Jetzt äh... Ich kann sogar PS Vita. Aber ich glaub' das sieht blöd aus, wenn ich's denn da höre. Keine Ahnung. Sieh' glaub' ich blöd aus. Ein bisschen. Kann ich aber auch machen. Alles, was man tat, die mich anzuschließen geht. Auch anscheinend widerst aufgestanden auf der Verpackung. Und ähm... Ja, du kannst das schon. Aber mir geht's darum, ich möchte eben Alerts machen. Und alles drum und dran. Ähm... Ne Bekannter hat ne Game Capture. Die bringt dir aber nix. Weil ja... Laptop hab ne... Billig da ist. Da kann ich mir das Bildrucke anfangen. Ja, also muss dann auch schon... ein starker Base Laptop auch dann vorhanden sein. Um dann das mit zu verarbeiten. Er muss jetzt normalerweise... Aber die Game Capture übernimmt schon viel. Aber... Der Keks ist da. Der Keks ist da. Der Keks ist da. Der Keks hat. Der hat noch gesagt... Wenn du den Laptop unterkriegst... Dann... Ähm... Dann hast du viel erreicht. Ja. Wir schmeißen ein Stream an und spielen ein PC-Spiel. Dann ist er tot. Mir fehlt noch ein solcher blödes Teil da. Da muss er sicher auch zu so einem Geschehen gehen. Sicher. Ich glaub mir fehlt da noch was am Baum oben. Ja, Ackiger Keks. Mach... Also Jens, mach das auf was du Lust hast. Will ich mal sagen. Am besten. Warte mal. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwo was vergessen habe. Bei jedem Schaustück, wo was war, hat er gesprochen. Was ist das hier? Was ist das hier? Ich hab's gefunden. Jo, ich habe Warn am Morgen für das Begutachtungsteam... Ich hab grad Stream gelesen. Hä? Alles gut. Wir haben mit den Pfarrern... Wir haben mit den Pfarrern um den... Stabilisieren. Ja, ich würde dir einfach... Ja, Jungs, ich würde einfach mal sagen, macht's einfach auf was zu Lust. Lust und Laune... Ich hab ne Puppe. Da kann ja niemand mitspielen von euch. Ja, leider, ich hab's auf der PS4. Ich bin grad durch hier durchgegangen. Ja, ich weiß nicht. Äh, Celina. Irgendwie geht das doch mit... Mit PC geht das. Aber ich weiß nicht, ob's mit der Xbox geht, das private Match. Ich bin mir da nicht sichtiger. Ich möchte euch jetzt nichts falsches sagen. Nicht, dass ich Vorfreude mache und keine Ahnung. Die Puppe macht mir nämlich Angst, was ich da jetzt gerade in der Hand habe. Ich bin nicht so extrem wo hin und her schau. Ja, 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 ich hab's geschafft. Ich so mit PS4, hm, glaub ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das geht, glaub ich. Recht jetzt? Dann wär ich so ein, zwei Matches auch dabei. Ich weiß nicht, Jens, wenn du da einen leistungsstarken Ding hast, leistungsstarken PC, können wir über Discord machen. Können wir zusammen schwatzen. Weil Skype nimmt extrem viel ab. Ich weiß es echt nicht. Ich bin mir nicht sicher. So handeln alle Mitarbeiter. Oder ich kann mit Xbox, kann ich Party machen. Ja, das geht. Aber mit dieser Lina können wir dann über Discord. Ihr müsst ihr euch nur anmelden. Zunehmenden hat sich dazu entschlossen, das Bau am Might Island Hospitals zu beenden. Alle Bauarbeiten sind also sofort aussieht. Aber die Arbeiten sind sehr verzögert. Ich hab heute ein Ballot aus meiner Notin meiner... Och, jetzt muss ich das nicht alles lesen. Ich hab schon mal ganz Leben genug zu lesen gehabt. Okay. Nein, zwei Mal. Achso. Ich dachte, du kennst das Game. Ja, ich geh jetzt mal so weit. Und wenn ich so einen Punkt habe, dann lasse ich es sein. Ich kann nicht... Brian, wie angehautet hat das Team, die... Discord geht auf dem Tablet? Hm, weiß ich nicht, wenn es... Ich weiß, Discord geht auf dem PC. Ich weiß aber nicht, ob Discord über Ding geht. Über Tablet geht. Wie angeordnet hat das Team die Arbeit aufgenommen und mit dem Entfernen der Überreste begonnen. Wenn wir zunächst von einer Leiche ausgegangen haben wir zwischen mehr entdeckt. Zwölf, um genau zu sein. Der Weise der Bestattung schien auf den ersten Blick zu verfolgt zu sein. Aber wir haben bemerkt, dass sich jemand bemüht hat, die Leiche mit der Geschichte auch unten in die Serie zu legen. Endspurt. Echt jetzt? Ohne Spaß? Das heißt Endspurt? Muss ich noch viel machen? Nee, jetzt muss ich noch viel machen. Ich habe die Überreste an eine Sich- und aufbringen lassen, damit ich keinen neugierigen Blick aussitze. Aber die Arbeit sind sehr verzögert. Ein Ballert aus meinem Team eine... Och, ich muss das nicht alles lesen. Ich habe schon mein ganzes Leben genug zu lesen gehabt. Okay. Nein, zwei Mal. Achso. Ich dachte, du kennst das Game. Ja, ich gehe jetzt mal so weit und wenn ich so einen Punkt habe, dann lasse ich es gehen. Ja, also der Jan hat das letzte Mal auch über die gemacht. Da bist du aber sehr, sehr leise. Oh, jetzt kannst du ein bisschen leise sein da hier. Selbst Neuigkeiten für New Billing. Ja, ich habe es verstanden. Jetzt habe ich wegen dir nicht gelesen, weil es zu laut war. Ja, ich weiß nicht. Ich will das mal heraus, ob wir Rocket League spielen können oder nicht. Wow, geil. Ja, ich habe einen zweiten Controller schon da. Also jetzt nochmal gleich ausgeht. Ja. Ja. Noch geht's. Ja, dann lasst ihn los. Ja, danke. Jetzt hast du endlich aufgehört. Boah, es ist erst ganz kalt. Der Controller. Äh, ist schon wieder den angenommen oder was? Aber fast, ja. Ich möchte jetzt nur wissen, ob ich da noch großartig was machen muss. Weil mir kommt es vor, als müsste ich nur mal diese gerade da raufwannen. Ich kann ja weder rein noch raus. Ich glaube, ich habe das Spiel leicht geschafft. Kann ich nicht durch. Warte mal. Das geht auch nicht auf. Es geht auch nicht auf. Hm. Ah, die geht auf. Geil, ohne Taschen, ohne so grünes Licht ist das richtig scheiße. Aber sie müssen sie auch wieder sammeln, aber bisher steht hier noch nichts von sammeln. Deswegen war ich immer kurz weiter. Das ist der ganze Zeitungsartikel, was ich gesammelt habe. Ich glaube, ich bin jetzt am Ende, Leute. Ich glaube nicht, nur ich weiß es auch. Aus irgendeinem Grund weiß ich das gerade, dass ich jetzt am Ende bin. Was ist denn da? Ich will den. Ich wurde der Patient 13 geboren am 7. Juli 1987. In diesem Krankenhaus steht eine schwere Zukunft. Ihr Mutter beide geboren, verstarb Komplikationen durch rabiden Fluchtbrillus und verschiedene Narkotisionen in ihrem System. Kannen wir alles um die Möglichkeit, um die Pflege zu finden? Na, 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 na. Ja. Ich habe jetzt nicht gedacht. Ich bin Patient 13. Nein. 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 Ich weiß nicht. Nein. 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 Okay. Es läuft jetzt ganz normal hier ab, Mann. Mama, ich hab Angst. Gott sei Dank. RUN! 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 Ich weiss nicht wohin. Mal ins Licht raus. Ja, ich habe es geschafft. Ja, wir waren eine Hexe. Was ich jetzt...